Ja, hallo erstmal und jetzt willkommen wieder zurück mit meinem Kanal. Wir wollen jetzt versuchen, da mal rüber zu kommen. Wir sollen ja nach da irgendwie. So. Oop. Ey. Hat's ja geschafft. Gut. Äh? Die waren doch da dran, ne? Hallo? Dann müssen wir es doch mit dem anderen Boot hier versuchen. Vielleicht, wenn es dann hier ist, darf ich mal rüber springen und dann gleich... Äh, da rein. Äh. Hey, komm. Ne, ich krieg das nicht so schnell hin. Ich krieg das nicht so schnell hin. Schade. Aber die Idee war, glaube ich, schon ganz gut so. Und das, warum wir uns das hier ranziehen lassen mit dem Ding. Oder? Ja. Gut. Ich mach's. Ich krieg das nicht so schnell hin. Das ist kacke, das ist kacke. Aber kriegen wir hin, kriegen wir hin. So. Okay. Äh, wir sind hier auch rot. Ah, jetzt hat er uns nicht wieder. Wir waren auf dem Boot. Manchmal ist die Kamera nicht so schnell wie ich spiele oder was. Wir waren doch schon auf dem Boot auf einmal gestanden. Na ja, Gott. Na, komm. Ja, warte nu. Hä? Ich dachte, er würde da ranziehen, das Boot. Ne, der hängt auch bloß da und dann schießt er auch mit mir. Genau. Das hatten wir schon mal getestet, ne. Und dann funktioniert der nicht. Ja. 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 Dann haben wir ein Boot wieder. Ne, 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 ne. Da ist die Zeit ja noch coolter, ne. Okay. Also doch, dann das Boot neben. Äh, komm. Ne, jetzt sind wir wieder im Sog. Oh, mein, oh, mein, oh, mein. Ah, tut mir leid, tut mir leid, meine Jungs. Warum kommen wir auch nicht da rüber? Dann ist das... Knüffelig. Er treibt uns auch nicht nach da. Er treibt uns ja nach da, ne. Ist schon komisch. Da fängt sich hier. Löks. War ja klar. Ah, es leuchtet nur so. Und... Da müssen wir irgendwie hinkommen. Aber das Boot, das... Aber das Boot, das... Aber das Boot, das treibt ja nicht da rüber. Ne. Das war's denn. Und rein springen bringt nix, weil denn... Werden weggesogen... Da kommen die mehr hin. Äh. Ah. Das haben wir ganz vergessen. Äh. Falsche Richtung gedreht. Ah, Mann. Oh, Mann. Also müssen wir im Rad drehen. Mhm. Aber hat auch nie angezeigt, welche Richtung, ne. Wir haben in der falschen Richtung gedreht. Okay. Hä? So, und jetzt Y. Wird ein Hübschler? Wird angezeigt? Ach, nach da. Okay. Ah. Noch weiter, noch weiter, noch weiter. Geht doch. Huuhuhuhu. Wir haben's geschafft. Wir haben's geschafft. Mann. Bin ich ja froh drüber. Oh. Noch viel zu tun. Sehen wir mal auf der Karte? Mal kurz Karte gucken. Nö, aber hier liegt irgendwo ein Dokument. Äh, äh. Liegt da hinten? Wie jetzt? Das haben wir vereingesammelt gehabt, oder nicht? Irretypisch gerade sind das hier. Wir haben ihre Toten einbalsamiert. Interessant. Hier liegt auch noch was. Äh, Geheimnisse entdeckt? Zeig mal. Ah, das Relikt, das ja gut. Das liegt ja um der Ecke, das haben wir ja schon gesehen. Hier, oder? Nööööööööööööööööö... Ah, da unten ist das. erst mal hier. Ein goldener Kelch, gefertigt für einen König oder einen Propheten. Er wurde hier hergestellt, in Kitesch. Oh, ja. Toll. Ich dachte, wir kriegen hier jetzt mal die Kletter-Axt. Aber nein. Oh, da geht's noch irgendwie durch. Na denn, komm, mach mal. Wo geht's da hin? Ganz geschwind. So. So. Ö. Ö. Da kommen wir wieder zurück, oder wat? Das Dokument liegt da unten. Haben wir das denn echt vergessen? Müssen wir nochmal zurücklaufen? Kommen wir jetzt da überhaupt hin nochmal? Ja. Äh. Lass mich raten. Dann müssen wir nochmal irgendwie mit dem Schnellreisepunkt... Hier waren wir ja schon. Genau. Dann sind wir von da irgendwie gekommen, ne? Hä? Oder sind wir von da gekommen? Hallo? Von wo sind wir gekommen? Hm. 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 Sind wir von hier gekommen? Wir waren doch hier schon mal. Das brachte jetzt hier erstmal gar nichts. Wir sind gerade etwas irritiert. Äh? Da geht's wieder raus. Genau. Wir sind hier hoch und dann sind wir... Da lang und da lang und da lang. Und dann... So. Hier ist das Grabchen. Hier sind wir durch. Aber wir kommen noch mehr rüber, ne? Zum anderen... Wäre natürlich jetzt... Ganz viel böser müssen wir mit dem Schnellreise dann nochmal hinreisen. So kommen wir nicht mehr zurück. Da haben wir echt was liegen lassen auf der kleinen Insel. Huuuuhh... Funktioniert dann auch alles rum, wenn wir jetzt hier rauf springen und dann da drüben festmachen? Mal testen. Nö. Echt nicht? Echt nicht. Wisst ihr was? Ich schnapp mal durch. Nee. Oh. Okay, wir lassen uns mal sterben. Wir lassen uns mal sterben. Bin gespannt worden, wo er uns hinsetzt. Okay. Naja gut. Dann soll es nicht so sein. Dann müssen wir für eine schnelle Reise da nochmal hin. Wenn das nicht auf dieser kleinen Insel ist, weil dann ist die Frage, ob wir überhaupt mal hinkommen. Da oben leuchtet ja was. Na gut. So. Wo war das jetzt? Wo war das jetzt? Aber da oben leuchtet ja was. Wo war der kleine Spalt? Hä? Hat der Terroristisch schon wieder verlaufen? Sieht ganz danach aus, ne? So. Hier nicht, hier nicht. Nee, nee. Ja, da geht's zu Dings und hier, genau, hier waren wir durch, ne? Von hier sind wir gekommen. Manchmal ist es doch gar nicht so einfach, den Ausweg wieder zu finden. Aber gut. So. Und nun, wenn er... Hä? Wo bin ich jetzt lang? Ach, hier. Hier. Na los, hoch. Ach, ja, ja. Aber wir haben jetzt gerade Grab abgeschlossen. So. Hä? Können wir uns die Pfeil lassen? Okay. Jo, 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 jo. Oh, schnell raus, schnell raus. Raus aus der feuchten, kleinen feuchten Höhle. Hä? Jo. So. So. Bing, bong, bing, blong, plang. Wir sind draußen. Basislader. Gut. Das machen wir jetzt noch schnell, aber ich glaube, wir haben auch schon wieder mächtig Überlänge. Ich wünschte, du könntest diese Aufsicht sehen, Lars. Nee. Wo ist denn da... Jetzt hin? Das Aquädukt-Ruine. Hm. Ja gut, das machen wir mal einmal. Ja, wir machen mal Schluss. Ich glaube, es ist schon wieder weit, über 20 Minuten hinaus. Oder? Oder? Warte mal kurz, überlegen. Hm, 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 hm. Nee, nicht ganz. Also, paar Minütchen hätten wir noch. Da müssen wir hin. Wir können hier auch noch mal kurz erkunden. Oder? Ah, jetzt verstehe ich. Sie erzählt von etwas Verborgenem. Ah, gut. Münz-Verstöcke. Ja, cool. Da müssen wir hin. Brunnenkaverne. Okay. Äquatrukt-Ruine. Ja, da waren wir gerade. Aber ich habe eh das Gefühl, dass das Ding auf dieser mittleren Insel liegt. Dass du da wohl nicht mehr hinkommst. Schade. Oder vielleicht doch. Dann könnte man später nochmal testen, ne? Erstmal schauen wir uns hier um. Da müssen wir hin. Also gehen wir hier lang. Guck mal, da ist noch ein Rucksack. Ein bisschen Holz. Ah, voll natürlich. Denn brauchen wir das nicht machen. Guck, hier. Karte schon wieder. Was hat er uns denn hier aufgedeckt? Upp. Überlebensverstecke. Aha. Münzen haben wir hier hinten noch. Aufgedeckt neu. Und hier. Ich glaube, hier kamen wir nicht ran, ne? Ah, ja, ja, ja. Gut. Schauen wir uns mal weiter um. Weiter umschauen. Guck mal, hier gibt es so eine Schwingkletterachse. Aber ich... Ich kann ja nicht. Boom. Das hat Quatsch gebracht, gerade. So. Wir sind von hier gekommen. Äh, ich glaube. Ja, ja. Ich höre schon wieder irgendjemand quatschen. So, ich glaube, jetzt haben wir hier alles abgesucht, ne? Genau, hier bei der Säule. Ja, tut mir leid, tut mir leid. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit, ne? So, da müssen wir hin. Noch mal kurz umschauen. Ja, ja, guck mal, da hinten sind die Jungs und Mädels. Hm. Hä? Den Baum haben gerade abgerubbt und schon steht schon wieder einer da. Ist er nett von dem Baumchen? Ach, ne, war voll. Äh. Thea, du hast ein Gedächtnisminzip, echt. Echt mal. Doch, diese Kletterachse nicht funktioniert. Ne, kommen wir auch nicht mehr rauf, hier, ne? Das ist doof. Aber ich glaube, zurück kämen wir jetzt eh nicht mehr, ne? Wenn wir uns jetzt mal eine Kreuzkarte anschauen. Ist doch ganz voll anders, ne? Ja, gut, müssen wir später irgendwann mal machen. Aber ich glaube, jetzt haben wir unsere 20 Minuten erreicht. Ich sage mal, danke fürs Einschalten, fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, ne, lasst mal ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn ihr Bock drauf habt. Bis dahin, habt eine schöne Zeit, habt einen schönen Tag, bleibt gesund. Euer Terra, bye bye.